Die Pflege von Angehörigen ist auch zeitlich eine Herausforderung. Personal zur Unterstützung ist daher wünschenswert. Es gibt verschiedene Arten von Betreuungshilfen. Betreuung von Kindern, Jugendlichen bis hin zu Senioren. Die Betreuungshilfe sind mit ganzem Herzen dabei. Sie schaffen eine Beziehung zu den Betreuten. Es gibt die ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflege. Auch eine Kurzzeitpflege ist möglich. Weiterhin gibt es für Senioren als Unterstützung Alltagsbegleiter und Nachbarschaftshelfer. Hier ist genau abzuwägen, was der Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Person entspricht. Am besten Sie lassen sich von Ihrem Arzt oder der zuständigen Kranken- oder Pflegekasse beraten, da das von Fall zu Fall entschieden werden muss und nicht zuletzt auch an finanziellen Fördermöglichkeiten hängt. Vielen Dank. – insgesamt. – – Vielen Dank.